Der Arbeitsalltag der Wirtschaft ändert sich in einem rasanten Tempo. Die Globalisierung und neue Kommunikationstechnologien tragen dazu bei, dass Arbeit neu organisiert werden muss. Und damit ändern sich auch unsere Arbeitsumgebungen und die Anforderungen, die sich an moderne Büros ergeben. Ein deutsches Unternehmen hat darauf Antworten gefunden. Sedus Stoll AG. Aus der Entwicklungsarbeit von Sedus Stoll kommen zum Beispiel kommunikationsfördernde Raumkonzepte. Sie entsprechen dem Trend, dass Büros in Zukunft in erster Linie für den kreativen Austausch genutzt werden. Ergonomisch designte Möbel wie höhenverstellbare Tische und Bürostühle, die den Anlehndruck automatisch regeln, sorgen nicht nur für Komfort, sondern vor allem für gesundes arbeiten. Sedus wird mit diesem Ansatz zum Vorreiter in seiner Mission, die Lebenswelt Büro als Ort fürs Wohlfühlen von Menschen und zum Wohlergehen im Sinne der Produktivität von Firmen zu gestalten. Als weltweit bekannte Marke, die für Innovation, Ergonomie und Qualität steht, zählt das Walbshuter Unternehmen mittlerweile zu den zehn größten Büromöbelherstellern Europas. Im Bereich Büromöbelproduktion der Firma Stoll werden die neuesten umweltschonenden Produktionsmethoden und Anlagen eingesetzt. Das Produkt Bürostuhl entspricht damit den neuesten arbeitsmedizinischen Erkenntnissen. Mit dem Ziel, das Sitzen im Büro noch besser zu machen, entwickelte Sedus 2012 in Kooperation mit der TU München ein neues kinematisches Sitzkonzept für den Drehstuhl Swing Up. Das Ergebnis? Gesünder sitzen durch mehr Beweglichkeit. Der Stuhl passt sich dem Menschen an und nicht umgekehrt. Die permanente Innovationsbereitschaft zeigt sich auch bei der Geschäftsentwicklung von Sedus Stoll. So konnte bereits im Jahr 2015 ein Umsatzplus von über 13 Prozent auf rund 180 Millionen Euro erzielt werden. Doch nicht nur Innovation und Zahlen machen Sedus Stoll zu einem besonderen Unternehmen. Die Sedus Stoll AG schont die Ressourcen und zwar in allen Bereichen. Die unternehmerische Haltung von Sedus basiert auf einer über 145-jährigen Wertetradition, die heute mehr denn je gilt. Nur wenn sich der Mensch wohlfühlt, sind Produktivität und Leistung möglich. Was den Menschen gut tut, dient also auch den Unternehmen. Und das Unternehmen gehört auch wegen der Gewinnbeteiligung aller Mitarbeiter zu einem der bestbewerteten Arbeitgeber Deutschlands. Niemand weiß, was die Zukunft der Arbeitswelt bringt. Fest steht aber, auch Büromöbel müssen sich den Entwicklungen anpassen, damit Unternehmen bei ihren Investitionen in Büroeinrichtungen schon heute für diese neuen Arbeitswelten gewappnet sind. Dafür steht Sedus Future Proof. Bereit für die Entwicklungen von morgen.